So Leute und willkommen zu Super Mario Maker 2 eure Levels. Ja ganz richtig, jetzt geht's weiter. Ja und zwar machen wir das erste Level von Pascal und zwar Level 4 Roxen. Oh, das gefällt mir schon sehr, der Name. Das ist ein easy Level, ihr Keks. Nice Beschreibung. Sehr gute Beschreibung, gut. Okay, der eine hat es in 1 Minute 5 geschafft. Okay, werde ich es auch schaffen. Werde ich den Rekord brechen, Leute? Ich meine, Level 4 Roxen, ich meine, das muss ich eigentlich schaffen, klassisch. Da könnt ihr noch einen Tag dazu, also da kann man noch einen Tag dazu geben, damit es mehr öfter gespielt wird. Immer darauf achten, damit ihr immer zwei Tags habt. Äh, jo. Damit ihr, damit ihr halt die Suche vereinfacht wird, ne? So, okay Werner, das muss ich jetzt da zurückschleudern. Okay, nice Idee, nice Idee. Also warte, ich muss das gar nicht zurückschlagen, ich kann auch schlagen mit der Katze. Mit die Krallen. Oh, da ist ein Gegner. Der Boom, der Boom, Boom. Der macht ja Boom. Ha, okay, ich weiß, der Witz war schlecht. Äh, das war ja kein Witz, aber das war einfach schlecht. Okay, so. Genauso wie der eine Fehl davor hin. Lala. Lala, 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 lala. So, weiter geht's. Pa, 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 pa. Ist die Musik nicht so... Nice, nice. Oh, nice, nice, nice. Oh, warte, was muss ich da machen? Oh. Ich muss einfach nur drauf bleiben. Roxen, du schaffst echt nicht die einfachen Dinge. Okay, ja, ich weiß. Aber das kann nur ich. Das kann nur ich, Leute. So. Gut, warte, was passiert, wenn ich einfach da lang gehe? Ich will mal kurz gucken, ob ich abkürzen kann. Nee, kann ich nicht. Okay, ich hab geguckt. Ich wollte nur gucken, Leute. Ich wollte gucken. Ich wollte gucken. Geh nicht. Okay. So, Morgi, das muss ich so machen. Mit der Katze. Nein, Luigi, du sollst krallen. Krallen. Egal, passt doch so. Passt doch so, Luigi. Passt doch so. So, okay. Okay, ja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir haben noch ein Power-Up. Hm. Ah. Oh. Ach, Luigi. So, Leute, jetzt nochmal. Und diesmal besser. Komm, Twomp. Jetzt machen wir das. Guckt es euch an, wie der Twomp so guckt. Oh, Mann. Ich hasse es, wenn jemand auf mich drauf ist. Oh, wer war das, Alter? Oh, jetzt bin ich wütend. Keine Sorge, Twomp. Luigi ist da oben. Luigi? Was machst du da oben? Ja, der will noch ein bisschen relaxen. Relaxen. Ja, relaxen. Relaxen. Ja, relaxen. Relaxen. Ziel. Und dann ist er weg. So. Nice. Cooles Level auf jeden Fall. Ganz kurz und knackig und sehr schön. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Nee, das will ich besser machen. Moment. Moment. War das besser? Ich weiß nicht. Ein bisschen vielleicht. Ah, ja. Das war besser. Alter. Ha, ha, ha. Ich habe den Rekord geknackt. Alter. Ich bin gut. Ich bin gut. Na, kannst du den Rekord auch knacken? Ja, ist ganz leicht zu knacken. So. Wir spielen ein Level von Paul. Und zwar 30 Sekunden, nehme ich mal. Und Run. Okay, dann machen wir das. 30 Sekunden, Leute. Also, ich muss ganz schnell sein. So. Und der Rekord wurde von Gaming, denn erfolgreich abgeschlossen mit 28 Sekunden. Das sind zwei Sekunden weniger. Ja, ich weiß. Ich bin gut in Rippenbatte, aber... Ja, das ist so, Leute. Okay, gut. Dann starten wir das. Wie war es noch peinlicher wird für mich? Puh, echt peinlich. Okay, so. So, los geht's. Okay, ich muss nicht mehr ein. Warte, wo geht es lang? Oh Gott, es sind Türen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Weil Feuer ist immer kein gutes Zeichen. Oder bin ich richtig? Das sieht so richtig aus. Das sieht sehr richtig aus. Ich lasse mir Zeit. Ich mache noch eine Münze. Und ich bin... Voll einfach runtergefallen. Nice. Gut so. Okay, ich nehme jetzt mal die erste Tür. Bin ich da auch erst reingegangen? Nee. Okay, da bin ich... Wo? Alter. Oh, oh. Da muss ich auch passen. Okay, da ist ein... Äh... Bum, bum. So, okay. Da muss ich da oben lang. Oh Gott, die Zeit rennt. Ich muss schnell sein. Ah, da ist die Münze gut so. Okay, da komme ich da oben raus. Ah, okay, gut. Und dann bekomme ich den... 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 Den Key, genau. So, da ist mir der Name nicht eingefallen. Egal, aber ist nicht so wichtig. Ich hoffe, den Power... Oder die Power-Ups hätte ich nicht gebraucht. Für den Boss oder so. Ich hoffe, es gibt keinen Boss. Und die Zeit ist abgelaufen. Ich war zu langsam. Oh Gott. Da war ja noch was, die Zeit. Okay. Okay, ich muss schnell sein. Viel schneller. So, Leute, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Zack, zack, zack. Geh weg, bumm, bumm. Ich mache dich platt mit einem Stern. Ja, da guckst du, ne? So, da hochschnell. Da hochschnell. Luigi, schnell, da hochschnell. Luigi, los, 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 los. Rein, 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 rein. Und da rein. So, und gleich weiter rennen. Gleich weiter rennen. Gleich weiter rein. Schnell da rein. Und gleich weiter. Gleich weiter. Gleich weiter. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Oh nein. Wir haben keine Zeit. Das ist jetzt doof. Schnell. Oh, eine Sekunde noch. Okay, sieht das aus. Ist da schon das Ziel? Nein, da ist kein Ziel. Das ist noch weiter weg. Mann, Mann, Mann. Okay, schnell, 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 schnell. Komm, los. Okay, da ist schon ein bisschen Zeit für Planepart. Okay, 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 okay. So, schnell da hoch. Schnell da hoch. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, soweit bin ich gekommen. Gut. Okay, gut. Ja, das läuft besser. Das läuft besser. Das läuft besser. Ich habe den Stern noch etwas länger gehabt. Das ist halt viel besser. So, ja. 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 Schnell rein. Okay, jetzt haben wir genügend Zeit, ins Ziel zu rennen. Wenn da schon ein Ziel wäre. Der ist Bosa. Weg mit dir, Bosa. Huh. Gut, so. Wir haben es geschafft, Leute. Alter, das war... Das war echt... Gar nicht mehr so leicht. So, und wir haben sogar den Rekord geknackt. Alter. Na klar doch. Na klar doch. Ich meine... Wenn schon, denn schon, ne, Leute? So, okay. Nice Level. Ein sehr gutes Level. Und... Ja, hat mir sehr gut gefallen. Nicht schlecht. Sehr kurz und knackig. So, und diesmal machen wir ein Level von... Keine Ahnung, wie er heißt. Irgendein japanische... Irgendwelche japanische Zeichen, die ich... Nicht lesen kann. Und auf jeden Fall heißt das Level Bosa Castle. Auf jeden Fall wurde das Level eingesendet von... Peter Luigi Man. Okay. Gut. Dann machen wir das, Leute. Und Abschlussrate 20%. Alter, und einer hat das in 10 Sekunden geschafft. Okay. Das Level dürfte kurz sein. Mal schauen. Okay. Auf jeden Fall kurz und knackig steht er. Das, das, das beweist dich schon. Okay. So, los geht's. Da mal gucken, wie ich mich anstelle. Okay, da gibt's ein Power-Up. Gut so. Ein Pilz. Man kann nie wissen. Vielleicht gibt's ja noch einen Gegner. Ja, ja. Die meisten lassen da immer einen Gegner drin. Oh mein Gott. Oh Gott, das war fies. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und da ist schon das Ziel. Ah, okay. Ja, das ist wirklich ganz kurz und knackig. Aber dafür ganz viele Gegner. Geist bei mir. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich stelle mich jeder Herausforderung auch. Sogar Troll-Levels, Leute. Wenn ihr Troll-Levels habt für mich, dann immer her damit. Denn ich mache sie auch. Ich mache sie alle. Oh Gott. Ah, verdammt. Okay. Ich dachte, ich kann da irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay, ich muss das gut über... Genau. Gut gemacht draußen. Ich muss gut überlegen, wie ich halt darüber springen soll. Denn, oh Gott. Vielleicht sollte ich erst erwarten. Ich habe mal eine Idee. Nochmal. Okay. So, okay. Und zwar fangen wir es, Leute. Ich brauche den Pilz da. Also den Power-Up da, ne? Denn... Das ist genau, der muss jetzt mal... Alter, Brosa, ernsthaft? Brosa, ernst? Oh! Alter, Trump, ernsthaft? Trump, ernsthaft? So, okay. Mann, Mann, Mann. Diese Troll-Levels heutzutage, ne? Ich meine, die sind echt schlimm. So. Darüber mit uns. Und... Und... Ja, komm mal runter. Und der Brosa schießt schon... Da war... Brosa, jetzt auf damit. Brosa, das ist nicht... Cool. Egal, jetzt renne ich mal durch. Ach, Mann, so knapp. So knapp. Okay, warte mal. Ah. Aha, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da gab es etwas. So, warte mal. So, wir nehmen mal... Oh Gott, ich will den Panzer mitnehmen. So. Nein. Luigi, du sollst es mitnehmen. Und nicht wegwerfen. Mann, Luigi. Ich sag's euch, der Luigi ist ganz schön brutal. Er tut ihm so ganz lieb. Aber ne, ne, Leute. Ne, Leute, Leute. Und wir springen rüber. Und... ins Ziel. Ja. Alter, da ist's, oder? Hab ich den Rekord aufgeknackt? Ich glaub nicht, oder? Oder es hat schon ein bisschen Länge. Ja, 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 ja. Ah, ich hab's noch geschafft. Oh mein Gott, das war... Aber der war richtig schnell, Leute. Der war richtig schnell. Okay, ich hab den Rekord geknackt, Leute. Ja. So Gott, das hab ich geknackt. Ja. Gut so, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Und ja, Leute. Wenn ihr das Level auch spielen wollt, dann einfach den Level-Code eingeben. Und vielleicht könnt ihr auch meinen Rekord knacken. Ja, mal schauen. So, das war's jetzt mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dann ein Like da. Denn das würde mich supporten. Und ansonsten, Leute, wenn ihr auch ein Level habt, dann einfach einsenden. Und ansonsten, Leute, sehen wir uns bei nächstem Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. frå próxima. Bis dann. Vielen Dank.